So, wer ist der Gewinner? Der Jonas Hahn! Das ist der Booster mit Black Luster Soldier. Da ist der Pull immer die letzte Karte, das heißt da müssen wir keinen speziellen Kartentrick machen. Ghosts from the Past, wie gesagt, der Haupt-Pull oder das Haupt-Highlight, was man hier ziehen kann, eine Ghost-Trayer würde ich jeden von euch gönnen. Wirklich, ich wäre krank. Und wir beginnen mit Masked Change 2. So, dann haben wir den Resonator oder vielleicht ein bisschen Schreck halten, dann kann man es lesen. Genau. Dann der Monarch Erupt. Dann, uh, diesmal sehr gut, Emergency Teleport, sehr guter Pull. Ist schon eine Fehlform mal klont, dann Dragoony D'Glow und es war sogar die letzte Karte, Dragoony D'Glow. Ah ja, das sind ja weniger, es sind ja weniger, es sind ja nur fünf. Lexus 30. Lexus 30. Uh, geht schon sehr gut los. Erste Karte, Phantom Knights, Forkblade. Dann Metal Foes Silvered. Dann der ist auch gut, Danger Thunderbird. Emergency Teleport, was ist das für ein Peck? Was ist das für ein Peck? Gestörtes Peck. Und dahinter den Lavaval Salamander. Flashback 48. So, wir haben für den Flashback Fairy Tail Rocker, dann Dragoony D'Draft, Eretic Seal of Convocation, dann Galaxy Eyes, Cypher Blade Dragon und dahinter haben wir den Shooting Star Dragon TGEX. Und Yu-Gi-Oh, Trader for, oder Trader for Fun bringt der Firewall Dragon Glück. Schauen wir mal. Schaut, wie das dahinter bleibt. Jetzt ist es runtergefallen. Na, oder? Uh, das geht schon mal schwer auf. Uh, da sind verborgene Mächte da drinnen. Das geht sehr schwer auf. So, Yu-Gi-Oh, Trader for Fun. Was hast du? Stell dir vor, er zieht jetzt der Ghost Rear nach 7 Displays. Wir beginnen mit einer Madolce Pudding Cess. Dahinter Metal Foes Counter. Das ist Brezel. Das ist Brezel. Dann Royal Prison. Auch eigentlich sehr coole Karte. Ich hoffe, dass die mal mehr Playt kommt. Und dahinter, letzte Karte ist... Uh, Star Knight, Starry Dragon. Leider keine Ghost Rear, aber trotzdem Starry Knight auch eine... Das Artwerk mega stark. Nicht die beste, aber eine der besseren Karten. Dann haben wir Iris Saraiwa. So, Iris. Schauen wir, was wir da für dich da drinnen haben. Wird sie es möglich machen, die Ghost Rear ziehen. Mega. Wär mega. Vor allem, was auch heftig ist, dadurch, dass das englische Booster sind, sind die Ghost Rears alle so 50, wie so ein bisschen was mehr wert sogar. Also, ja. Nicht schlecht. Dann haben wir O'Chama Country. Dann Sunavalon Blue. Ja, Sunavalon Blue. Dann Metal Foes Counter. Dann, geil, Cosmo... Was ist das? Cosmo Tin Can. So, und letzte Karte. Haben wir eine Ghost Rear? Oder einen anderen guten Pull? Wir haben ein Starry Knight Arrival. Jetzt habe ich schon glaubt, Evenly Match. Evenly Match wäre heftig gewesen. Es wäre stark gewesen, ja. Sehr, sehr heftig. Daniel Axel. Daniel Axel. Den habe ich aber schon, glaube ich, gesehen im Chat vorhin. Wir beginnen mit Time Thief Flyback. Dann Metal Foes Combination. Terror of Trisula. Uh, lauter Fallen. Kommt noch eine Falle? Nein, es wäre hart gewesen. Also, den Gigantes. Und letzte Karte ist ein... Boah, zwölf. Letzter Ding ist Thestalos, der Mega Monarch. Shubinyu hat gewonnen. Das ist der heißen Bär. Ja, ja. Boah, das ist schwer. Greifen wir mal. Wirklich? Das ist schon schwerer. Das ist schon schwerer. Ui. 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 Was haben wir da? So, schauen wir für Shubinyu, was sein Pack ist. Also er hat Mass Change 2. Dann Resonata Engine. Ich sag's Firewall Dragon. Der Monarch erupt. Dann Emergency Teleport. Nicht schlecht. Für die ist immer gut. Das ist immer eine 1-2-Euro-Karte. Wird es auch immer sein. Und letzter Pull für ihn. Äh. Okay. So. Letzter Pull für ihn ist ein... Uuu. Red Supernova Dragon. Auch keine gute Karte. Genau. Roll it. C-Box. C-Box hat gewonnen. Dann haben wir für den C-Box... ...ein Yu-Gi-Oh Pack. Und zwar wir beginnen mit... Hm, kann ich ja lesen. Backup Secretary. Dann haben wir Sunavalon Drüyas. Zu viel kann man die Pack schon ein paar Mal geöffnet. Time Thief Startup. Dann haben wir Heretic Seal of Reflection. Und... A Ghostra hint nachher. Hinterher ist... Oh, Evenly Match. Sehr geil. Einer von den Hauptpools. Starke Trap-Karte. Wirklich sehr schön. Wirklich gute Karte. Sehr nice. Gratuliere dir dazu. Als nächsten Gewinner in... Drei. Zwei. Eins. Go. Boom. Chris S. So, machen wir weiter. Für den Chris S. Das Booster habe ich ja komplett geliebt, Alter. So. Beginnen wir mit... Madolce Pudding Cess. Vor allem dieses Evenly Matched. Ich wollte das unbedingt ziehen. Wir haben, weiß nicht, vier, fünf Displays geöffnet. Und ich habe keines gezogen. Die Karte ist so. Madolce Pudding Cess. Dann Metal Fuse Counter. Dann wieder das Time Thief. Brazel. Genau. Dann Royal Prison. Und dahinter... Schon der letzte Pull. Kommt... Heretic Seal of Heavenly Spheres. Hucke-Fan. Ui, leider etwas unschön gerippt. So. Ich muss schon verlenken, das wird zu viel. So, dann haben wir Sun Seed Shadow. Ist die erste Karte. Madolce. Fresh Sister. Fresh Sister. Dann auch eine coole Karte. Sayaru. Das alte Artwork. Das ist stark, ja. Ist eigentlich schon... Wer die Karte noch kennt von früher. Ewig. War die nicht auch in Jugendliche Deck? Ich glaube in irgendeine, aber wir starten nicht. Dann haben wir Phantom Knights, Fogblade. Auch coole spielstarke Karte. Nicht schlecht. Und... Puh. Wieder Heretic Sieb. Schon hast du wieder Feral Dragon. Aber trotzdem sehr cool. Alleine die zwei Karten sind schon worth. Richtig. In 3... 2... 1... Ghost God. Dann haben wir den Ghost God. Der Ghost God für Ghosts from the Past. Also wenn das kein Zeichen ist... Kamera. Sam gegöhnt auf jeden Fall. Schade Marmelade. Schade Schokolade. Schokolade habe ich nicht kennt. Marmelade schon. Uff. Babam. So. Metal Foes Gold Driver. Dann Buster Dragon. Auch eine coole Karte. Ein cooler Reprint. Metal Foes Stealing. Dann Heretic Dragon. King of Atom. Finde ich auch cool für die Leute. Aber es ist eigentlich nur Pokémon. Schauen, dass sie auf einmal auch Yugi-Artworks sind. Wir triggern einfach die Leute dazu. Und... Last Pool... Ist ein... Uh... Ein Testalos... The Metal Monarch. Oder? Mega Monarch. Mega Monarch. An 10 runter. 1... 2... 3... Go! Chris S. Ich freue mich schon auf Chilling Rain. Ja, das wird geil. So. Die erste Karte für Chris ist ein Evil Thorns. Evil Thorn. Dann Metal Foes Vollflamme. Dann Heretic Sky Dragon. Sehr cool. Sehr kurzer Name. Fast schon ein Pokémon. Dann haben wir Mass Change 2. Und die letzte Karte für ihn ist ein... Uh... Red Supernova Dragon. Auch eine gute Karte. 3... 2... 1... Let's go! Und Amethic. So. Dann für Amethic beginnen wir mit... Laval Vulcan. End Maiden. Auch eigentlich ein cooles Artwerk. Mhm. So. In so einem Dachboden rostet. Der Miki TV. Dann haben wir den Update Jammer. Dann... Oh... Dark Lady. Dark Lady. Wo wir gerätselt haben, aus welchem Ding das stammt. Dann Artefakt Durendal. Durengard. Könnte schon eine Pokémon Karte sein. Und dahinter. Sein letzter Pull ist... Uh... Red Supernova Dragon. Schon wieder? Drittes Mal heute. Ja. Drei Mal schon zogen. 3... 2... 1... Go! Ghost God. Ghost God. Ja. Bringt sein Name Glück. Ich würd's ihn so gönnen. Allein nur wegen einem Namen. Ja. Allein wegen einem Namen. So. Wir haben Exit First. Dann haben wir den Mine Mole. Sehr cool. Auch der Reprint mal in Foil. Dann Dark Requiem. Exit Dragon. Dann haben wir Heretic Seal of... Supremacy. Gibt's ja mehr als glaube ich 5 oder 6 Heretic Seals. Kann doch nicht dann loswendig. So. Und als letzte Karte für ihn. Bekommt der Ghost God wirklich eine Ghost Rare. Und... Wir haben keine Ghost Rare, aber trotzdem einen evenly matched. Stark. Sehr schöner Pull. So. Und jetzt machen wir was ganz so schweres, okay? Wir zählen jetzt im Pokédex von 3 runter. Mhm. Okay. Bisa Floor. Bisa Knoss. Bisa Sam. Go! JDK KSK. Startments. Startments Pack. Ich bin ja nervös. Ich bin schon nervös. So. Was ziehen wir Last Pack Magic? Das geht schon mal wunderschön auf. Für den JDK KSK. Richtig. So. Wir haben Time Thief Flyback. Nettes Brezel. Na. Dann Metal Foos. Hm. Combination. Terror of Trisola. Dann den Gigantes. Und letzte Karte. Last Pool für heute. Last Pool. Ziehen wir noch irgendeinen Big Hit. Oder sogar vielleicht eine Ghost Rare. Das wäre mega. Uh. Aber Meshadol Genius. Wahnsinn. Stark. Sehr guter Pool. Mega stark. Sehr schöne Karte. Eine von den Hauptpools aus diesem Set. Gratuliere. Wirklich. Gratulation zu diesem Pool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gratuliere. Steine. Schöne. Geil. 10.